Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ein Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Ein Tag, an dem die Gläubigen in der Wonne sein werden und es ihnen wohl ergehen wird. Und ein Tag, an dem die Ungläubigen Schmach erleiden werden und sagen werden, oh wären wir doch nur Staub. Wir beginnen, insha'Allah, diese Tafsir-Sitzungen, die Koran-Exegese-Sitzungen mit einer kleinen Einführung, damit wir erstmal wissen, wovon wir überhaupt reden, was der Koran ist und auf welche Bücher wir uns hier stützen, aus welchen Büchern wir unser Wissen über die Verse Allahs entnehmen werden, insha'Allah. Zunächst einmal stützen wir uns grundsätzlich auf drei Bücher, grundsätzlich auf drei Tafsir-Bücher. Das erste und wichtigste Grund, wichtigste Tafsir-Buch, was wir benutzen, ist Majmu'at Ay-Sar al-Tafasir. Ay-Sar al-Tafasir von Geraten Abu Bakr, Jabr al-Jazair. Er ist an Wa'ad und Faqih und lädt bis an den heutigen Tag noch in der Moschee, der Propheten-Moschee von Muhammad s.a.w. in Medina und hat tägliche Sitzungen für Mardin Isha, in denen er über Jahre hinweg den gesamten Koran erläutert hat, möge Allah ihn für diese Sachen belohnen und sein Alter segnen und sein Leben segnen und ihn diese guten Taten in die Waqschalen seiner guten Taten legen. Sein Tafsir ist von zweier Art. Einmal trägt er es vor und er hat es auch schriftlich verfasst. Das Wunderbare an seinem mündlichen Tafsir ist, dass er die Verse, die im Koran erwähnt werden, besonders z.B. in Bezug auf die Kinder Israels, auf die heutige Zeit anwendet. Und wenn irgendwie ein Volk von den Völkern, die im Koran erwähnt werden, getadelt werden, dann bezieht das auch auf die heutige Zeit. Machen wir Muslime nicht das Gleiche, was die Völker damals gemacht haben? Warum lernen wir nicht aus dem Koran? Also sein Tafsir ist sehr praktisch. Und er zielt sehr danach, die Bedeutung der Verse zu wissen, sodass wir endlich einmal die Worte Allahs in die Tat umsetzen. Und unserem Propheten S.A.S. folgen, über den Aisha R.A. gesagt hat, dass sein Charakter war der Koran. Sein Charakter war der Koran. Er war, in anderen Worten, ein laufender Koran auf dieser Welt, der auf die beste Art und Weise alles umgesetzt hat, was im Koran war, S.A.W. Dann zeichnet sich seine schriftliche Fassung des Tafsir dadurch aus, dass es leicht verständlich geschrieben worden ist. Einfach zu verstehen. Und jetzt mag jemand denken, bedeutet das nicht, dass er vielleicht zu oberflächlich ist. Man hat da immer die Vorstellung, dass ein Tafsir, damit er gut ist, muss kompliziert sein. Und kann man nicht sofort verstehen. Das ist falsch. Das ist falsch. Es ist einfach geschrieben, sodass wir wissen, was Allah gemeint hat. Und er erwähnt auch, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, über manche Auslegungen. Und mit der Einfachheit und Gleichverständlichkeit meine ich, dass er erst einmal, nachdem er die Verse geschrieben hat, erklärt er die Wortbedeutungen, dann erklärt er die Versbedeutungen, und dann erklärt er, was man aus diesen Versen lernen kann. Und das meine ich mit Leichtverständlichkeit. Und was sich auch auszeichnet dem Tafsir, ist die gesunde Aqida. Die gesunde Aqida, der gesunde Glauben, in Bezug auf alles, was im Koran zusammenhängt. Der zweite Tafsir, den wir uns anschauen, den wir als Grundlage benutzen, ist der Tafsir von Imam al-Shawqani, der vollständig heißt, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Shawqani. Er ist gestorben in San'a, im heutigen Jemen, im Jahr 1250, Hijri. Also, wenn wir jetzt, also ungefähr vor 200 Jahren, ganz grob, ganz grob vor, weniger als 200 Jahren ist er gestorben. Rahimahullah. Er war ein Mufassir und ein Faqih, und wir begrügen uns damit, dass er zu den anerkannten Mufassirungen gehört. Und sein Buch, Fath al-Qadir, Fath al-Qadir, ist eines der bekannten Tafsir-Werke, auf das wir uns stützen werden. Aber mehr, also weniger in Bezug auf die Überlieferung, die er erwähnt hat, sondern mehr in Bezug darauf, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm eröffnet hat, an Versbedeutungen, an Weisheiten und so weiter. Und der dritte Tafsir, auf den wir uns stützen, ist Taizir ul-Karim al-Rahman für Tafsir Kalam al-Mannan vom edlen gelerten al-Sheikh Abu Abdullah, Abu Abdullah, Ibn Abdulrahman, Ibn Nasr, Ibn Abdullah, Ibn Nasr, Al-As-Sa'di. Oder man sagt, al-Sheikh Abdurrahman, As-Sa'di. Abdulrahman al-Sa'di. Er ist gestorben vor ca. 50 Jahren, also vor im Jahr 1376, Hijriern, nach der Hijra. Und er ist auch der Gelehrte von Scheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimallah, mittlerweile auch gestorben. Möge Allah in seine Barmherzigkeit eingehen lassen. Er erwähnt seinen Lehrer, also Scheikh Sa'di, ist der Lehrer von Scheikh al-Uthaymin. Und Scheikh al-Uthaymin erwähnt seinen Lehrer sehr, sehr oft und belegt auch mit Sachen, die sein Lehrer gesagt hat. Und dieser Tafsir zeichnet sich auch dadurch aus, dass er von einer gesunden Aqida geprägt ist. Und besonders durch zwei weitere Sachen. Erstens, dass es um die reinen Versbedeutungen geht. Es geht ihnen wirklich darum zu wissen, dass man mitbekommt, was die Versen nur bedeuten. Apernens nicht so aufgeteilt wie bei Scheikh al-Uthaymin, Sondern mehr hintereinander geschrieben im Text. Und auch, dass der Gelehrte sich nicht beschäftigt mit den Überlieferungen. Mit den ganzen Überlieferungen, die in den Tafsirbüchern geschrieben stehen. Hier berücksichtigt er in seiner Erklärung als Erklärung, aber er erwähnt sie nicht. Was es für den Leser, wenn er es liest, einfacher macht. Im Grunde genommen gibt er uns das Ergebnis von diesen Überlieferungen, die es gibt. Denn für einen Anfänger oder für jemanden, der in der Hadith-Wissenschaft nicht gut gelehrt ist, fällt es ihm schwer, wenn er Bücher liest, wie von Al-Tabari oder auch Ibn Kathir oder auch Al-Qurtubi oder auch Fath al-Qadir von Shaukani, dass er Überlieferungen findet, von denen er nicht weiß, wie die Gelehrten die Authentizität eingestuft haben. Und manchmal steht es einem auch nicht einmal zur Verfügung, diese Sachen nachzuschlagen. Insofern ist dieser Tafsir von Sheikh Abdurrahman Sa'adi ein sehr, sehr wertvoller Tafsir. Und es besteht kein Zweifel, dass diese großen Gelehrten, die besonders die späteren, die Bücher der früheren gelesen haben und wissen, welche Überlieferungen es dagegen gibt, und sie geben dir praktisch das Ergebnis ihrer ganzen Mühen, damit man nicht selbst diesen ganzen Weg noch einmal durchgehen muss. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Tafsir beginnen, werden wir inshallah eine kleine Einführung machen, nachdem wir jetzt wissen, an welchen Quellen wir uns bewegen. Und zwar lesen wir dazu, oder das, was ich jetzt sage, entnehme ich aus dem Tafsir von Sheikh Mohammed Salih Al-Uthaymin aus seinem ersten Band, wo er erstmal darüber redet, was ist der Koran überhaupt. Und wir werden dann auch darüber reden, was ist eine Surah. Also ganz wenig über die Koranwissenschaft. Ganz wenig über die Koranwissenschaft. Ich versuche mich möglichst kurz zu fassen, da man über dieses Thema eigentlich ein extra Buch schreiben sollte, was es im Deutschen, nach meinem Wissen, noch gar nicht gibt, über die Koranwissenschaften. Fiyan Nasuh al-Mansuh und der Tafsir überhaupt, die Wissenschaft des Tafsir und so weiter und so weiter. Deswegen wollen wir nur ganz grob erfahren, was der Koran überhaupt ist. Koran, erstmal sprachlich gesehen, das Wort Koran stammt ab von dem Verb Qara'a bedeutet lesen und auch versammeln, sammeln, jama'a, tala, Qara'a, alles ähnliche Bedeutungen und bedeutet lesen. Und Al-Quran ist dann einfach die Lesung, die Lesung. Das ist sprachlich gesehen. Dann für die religiöse Definition Al-Istilah also gibt es mehrere Definitionen, die alle auf das Gleiche hinauslaufen. Ich gebe mal eine etwas ausführlichere und man sagt, die Definition vom Koran besteht aus fünf Eigenschaften. Erstens der Koran ist das Wort Allahs. Erstens sagt man der Koran ist das Wort Allahs. Und dadurch fallen alle anderen Worte weg, die nicht von Allah stammen. Gut, jetzt weiß man aber, dass Allah nicht nur den Koran gesprochen hat, sondern auch andere Sachen. Also man sagt, der Koran ist das Wort Allahs, durch das er die Menschheit herausfordert, also das wunderbare Wort Allahs, durch das er die Menschheit herausfordert, eine ähnliche Surah, wie die kürzeste Surah vom Koran hervorzubringen. Das ist der Koran, das ist die erste Eigenschaft. Dadurch fallen also alle anderen Worte weg, die nicht von Allahs stammen. Nummer zwei, es ist das Wort Allahs, das wunderbare Wort Allahs, dass er seinen Propheten Mohammed durch den Engel Gabriel Jibril offenbart hat. Was fällt dadurch weg? Dadurch fallen alle anderen Offenbarungen weg, die Allah subhanahu ta'ala nicht Mohammed eingegeben hat. Denn Jibril ist der jenige, der die Offenbarung eingegeben hat, der gleiche, der Musa eingegeben hat, der gleiche, der Isa eingegeben hat. Und dadurch fallen also die Taurat, die Taurat weg, die Taurat, die Injil, das Evangelium, die Psalmen und die Schriftblätter von Musa und Ibrahim alaihi salatu salam. Dadurch fällt das weg. Die dritte Eigenschaft ist, dass man sagt, die Lesung des Koran selbst ist ein Gottesdienst, ist ein Ibadah, weil der Prophet s.a. gesagt hat, Al-Tirmidhi hat ein Hadith, Hadith 201910, hat er überliefert in seinem Sennat bis zum Gesandten Allah s.a. der Gesandte Allah s.a. Man karaa harfa min kitab Allah fa lahu bihi hasana wa lh hasana tu bi asli am thaliha la akulu alif lam mim harf wa lakin alif un harf wa lam un harf wa mi mun harf wer einen einzigen Buchstaben aus dem Buch Allah liest, der bekommt dafür eine gute Tat niedergeschrieben und eine gute Tat wird verzehnfacht und ich sage nicht alif lam mim sind ein Buchstaben sondern alif ist ein Buchstabe und lam ist ein Buchstabe und mim ist ein Buchstabe der Hadith ist sahih also somit wissen wir dass die lesung des koran an sich eine ibadah ist und eine form des dhikr ist eine form des gedenken allahs na die und was fällt dadurch weg durch diese dritte bedingung oder eigenschaft und zwar der hadith qudzi der heilige hadith in dem der professor hat gesagt hat allah hat gesagt aber der professor hat auch dinge gesagt dass Allah etwas gesagt hat die nicht im koran drin sind das nennt man hadith qudzi ein hadith qudzi im koran ist offensichtlich also hadith qudzi darf man nicht lesen im sara und hadith qudzi ist auch nicht von fehlern geschützt wie der koran es also wird behandelt wie die anderen hadithe auch gibt davon schwache und gibt davon authentische dann die vierte eigenschaft ist at tawatur ist die höchste form der authentizität von einer überlieferung irgendeine information atawatur bedeutet dass eine information durch eine geschlossene überlieferungskette überliefert wird vom sprecher oder von denjenigen personen die informationen gegeben hat bis zu der personen die informationen empfängt über eine geschlossene überlieferungskette allerdings nicht nur eine sondern es sind so viele überlieferungsketten und so viele menschen in jeder generation dass der verstand es ausschließt dass sich irgendeine generation hätte auf einen fehler einigen können auf eine lüge einigen können oder dass sie hätten den gleichen fehler alle machen können wenn der verstand ausschließt dass eine generation von diesen allen generationen sich hätten auf eine lüge einigen können weil sie sich kennen oder weil sie nicht vertrauenswürdigen oder irgendwelche gründe oder dass sie alle tatsächlich den gleichen fehler gemacht haben wenn der verstand einem sagt nein das ist nicht möglich beim betrachten diese ganzen überlieferungsketten dann nennt man es Tawatur und das ist die höchste Form der Authentizität und Alhamdulillah ist der gesamte Koran von A bis Z also besser gesagt von Surat Fatiha Lesarten so überliefert worden wir werden über die Qirat noch ein bisschen später sprechen und das sind alles in Tawatur Form überliefert worden also es ist eine Form des Sahih ihr kennt sicherlich die Form des Sahih im Hadith und Daif eingeteilt und dann gibt es verschiedene Stufen vom Sahih dann gibt es Alhasan Ligayri dann gibt es Alhasan Lidati dann gibt es Sahih Ligayri dann gibt es Sahih Lidati dann gibt es Maschhur Matawatur gibt es auch Stufen es gibt Matawatur Bilma'na und Matawatur Billaf also Matawatur Wort für Wort oder Matawatur in der Bedeutung nur und so weiter und der Koran ist Alhamdulillah Matawatur in seinen Worten also die höchste allerhöchste Form der Authentizität die man sich vorstellen kann aber wir werden jetzt nicht sprechen über wie der Koran überliefert worden ist das ist dann Sache der Koran Geschichte oder der Koran Wissenschaft was fällt dadurch aus dadurch fällt natürlich alles aus alle Fehler fallen weg alles was überliefert hätte werden können durch eine schwache Überlieferung und Allah zugeschrieben wird fällt dadurch weg man nimmt nicht einen Isnat an also wenn ein Sanat kommen würde vom Prophet bis zu uns wo irgendwie drin steht dass Allah etwas gesagt hat was Teil des Koran ist und wir finden es nicht in unserem Koran dann verwerfen wir diese Aussage dann verwerfen sie der Koran ist in Tawatur überliefert worden dann also dadurch werden die Fehler vermieden fünfte Eigenschaft des Koran ist das wir sagen das der Koran ist das Wort Allahs das in den Al-Masahif Al-Uthmaniyah niedergeschrieben steht jeder der sich ein bisschen auskennt in der Koran Geschichte weiß dass zur Zeit des Kalifats von Uthman der Koran offiziell von den Sahabah mehrmals geschrieben worden ist in der Form wie wir sie heute kennen und dann wurden diese Ausgaben in die verschiedenen Städte wie Makkah Basra Kufa Madina gesandt damit die Leute sich an diesen Masraf halten und nicht an irgendetwas anderes die Sahabah haben also diese Masahif kopiert und in die verschiedenen Städte geschickt na und was fällt dadurch weg dadurch fallen die abrogierten Verse weg die Al-Ayat Al-Mansuha Al-Ayat Al-Mansuha die Verse die Allah aufgehoben hat na das ist auch eine Sache der Koranwissenschaft deswegen werden wir die Sache hier jetzt nicht ansprechen aber es gibt nur grob gesagt es gibt Verse die Allah herabgesandt hat die dessen Bedeutung für uns keine oder wie gesagt dessen Gesetze die da erwähnt sind für uns keine Bedeutung mehr haben sie sind also nur noch von historischem Wert und dass wir die Verse lesen und dafür Hassanat bekommen aber die Bedeutung des Verses abrogiert oder es gibt Verse die Allah herabgesandt hat und die er also wie heißt es dann wieder zu sich genommen hat der aus dem Mus'ha weggenommen hat und wir lesen die Verse nicht mehr und sie gibt es auch nicht mehr manchmal wissen wir welche es sind manchmal wissen wir nicht und deren Bedeutung ist auch weg und die dritte Kategorie sind Verse die Allah wieder zu sich genommen hat aber die Bedeutung bleibt bei uns noch die Bedeutung bleibt noch bei uns dass wir handeln zwar nach den Versen noch aber wir lesen sie nicht mehr als Teil des Koran und das sind aber wie gesagt Sachen der Koranwissenschaft die wir jetzt hier nicht ausführlich behandelt werden das ist die Eigenschaft das ist der Koran wenn wir diese fünf Eigenschaften haben dann wissen wir wovon wir reden wenn wir sagen der Koran und auch für all das was ich gesagt habe gibt es natürlich die entsprechenden Belege in den Büchern der Koranwissenschaft also dass der Koran zum Beispiel herabgesandt worden ist ja das ist zum Beispiel wie wir haben einen arabischen Koran herabgesandt also ist der Koran herabgesandt worden und dass das unserem Propheten eingegeben worden ist da besteht auch kein Zweifel denn der Propheten hat gesagt oder Allah hat zu ihm gesagt dass er das sagen soll sag ich bin nichts anderes als ein Mensch dem offenbart wird also dieser Koran oder Allah sagte wir haben die sieben von den sich wiederholenden Versen gegeben und den gewaltigen Koran also wie gesagt nur als Bemerkung alles was ich gesagt habe gibt es dafür die entsprechenden Belege in den Büchern der Koranwissenschaft und dass Jibril den GStR im Koran herabgesandt worden ist lesen wir in Surat Nahl Sura 16 Vers 102 Sprich herabgesandt hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn mit der Wahrheit damit er die Gläubigen festigt und als Rechtleitung und Frohbotschaft für die Muslime oder für die gottergebenen Menschen worüber es keine Meinungsverschiedenheit gibt ist dass die ersten Verse die herabgesandt worden sind aus dem Koran sind die ersten fünf Verse und zwar von Surat Al-Alaq die ersten fünf Verse von Surat Al-Alaq das ist die Surah Nummer 96 das Anhängsel Al-Alaq Das sind die Zeit lang keine Zeit lang keine Offenbarung und dann hat Allah die ersten fünf Verse des 74 der 74 Surah Al-Muddathir der Zugedeckte abgesandt Oh du Zugedeckter steh auf und warne und deinen Herrn den Preiser als den Größten und deine Gewänder die reinige und die Unreinheit des Götzendienstes die meide Und man sagt durch die Verse in Surah Al-Alaq das Anhängsel da ist der Prophet berufen worden durch diese Verse dadurch Allah ihm Verze angegeben hat ist er zum Propheten ernannt worden von Allah und durch die Verse durch den Vers und zwar in der Surah Al-Muddathir was wir gerade gelesen haben das ist der Vers der zweite Vers steh auf und warne dadurch ist der Prophet zu einem Gesandten Allahs geworden worden sagt man denn dadurch ist er ihm befohlen worden den Menschen die Menschen eben anzusprechen zu warnen nach dem Glauben dass ein Prophet jemand ist dem offenbart wird und ein Gesandter jemand ist der zu einem Volk gesandt wird obwohl die richtige Ansicht wo Allah ist dass ein Gesandter oder der Unterschied zwischen einem Gesandten und Propheten ist der folgende ein Gesandter ein Rasul ein Rasul ist jemand dem auf jeden Fall eingegeben wird Offenbarung und jemand der mit einer neuen Scharia kommt mit einem neuen Gesetz wie Musa mit der Taurah wie Isa mit der Injil und wie Muhammad mit dem Koran mit einem neuen Gesetzgebung oder jemand der zumindest Offenbarung erhält die Gesetzgebung ändert zum Beispiel Isa hat nicht die gesamte Gesetzgebung aufgehoben von Musa von der Taurah aber teilweise geändert durch die Offenbarung von Allah und deswegen sind das alles Rasul Plural von Rasul Gesandter Allah das ist damit gemeint und ein Nabi ein Prophet wie es übersetzt wird was eigentlich ich benutze das Wort Prophet nur deswegen weil das unter den Menschen bekannt ist aber Prophet ist eigentlich nicht die richtige Übersetzung Wallah Allah Iha Verkünder von Naba die Botschaft oder die Kunde jemand der das verkündet aber in der Religion bedeutet Prophet Nabi also jemand der Offenbarung erhält und errichtet nach dem Gesetz des vorausgegangenen Gesandten die Propheten nach Musa haben alle gemäß der Taurah regiert sie haben die Kinder Israels regiert gemäß der Taurah denn wir wissen eine gewaltige Gnaden für die Kinder Israels war dass sie niemals ohne Propheten gelebt haben als Musa gestorben war da kam Yusha und als Yusha gestorben kam der Nächste und so weiter bis Isa mit Isa hörte dann die Gesandten der Propheten für die Kinder Israels speziell auf die letzte für die Kinder Israels speziell war Isa Ibn Maryam die richtige Ansicht warum was der Unterschied ist zwischen einem Propheten und einem Gesandten und dass die Verse die wir erwähnt haben die ersten Versen die offenbart worden sind das lesen wir im Hadith sie erzählt uns diese Geschichte und dieser Hadith ist dann Al-Bukhari im Kapitel Bad Al-Wahiy das heißt der Offenbarungsbeginn der Offenbarungsbeginn Aber noch einmal um etwas zu betonen das was ich gesagt habe widerspricht nicht was die Gelehrten gesagt haben also durch die Aussage wurde er zum Propheten denn das ist die erste Offenbarung die er erhalten hat und durch die Aussage wurde zu einem Gesandten zu seinem Volk weil er aufstehen musste und warnen musste all das widerspricht nicht der Definition von Rasul und Nabi dann teilen die Offenbarungen in zwei Teile ein das heißt diejenigen Verse wo es einen offensichtlichen Grund gibt warum sie herabgesandt worden sind und diejenigen Verse für die wir nicht wissen für die es keinen offensichtlichen Offenbarungsanlass gab sondern die sind einfach offenbart worden weil Allah wollte dass sie offenbart werden und das sind die meisten Verse das sind die meisten Verse die im Koran sind zum Beispiel Surah 75 und andere das sind die meisten Verse und über einige Verse wissen wir auch einen Offenbarungsgrund manche Versen sind offensichtlich wie zum Beispiel sie befragen dich über die Neumonde sie befragen dich über Al-Khamr und Al-Maisr und sie befragen dich über die Menstruation und so weiter und so weiter da ist offensichtlich gibt es einen Offenbarungsanlass was sind die Vorteile dass man weiß dass die Offenbarungsgründe kennt und zwar zum einen dass man weiß dass der Koran von Allah kommt denn es ist passiert dass der Prophet gefragt wird und dann gibt er keine Antwort und er hat keine Antwort darauf er wird gefragt über Al-Ruh über die Seele oder der Geist oder Jibril je nach der verschiedenen Auslegung er wird gefragt über Al-Ruh was ist Al-Ruh und hat keine Antwort gegeben er wusste nicht was er sagen soll er musste warten bis er Antwort bekommt dann bekam er die Antwort sprich die Seele ist von der Angelegenheit meines Herren und ihr habt vom Wissen nur wenig erhalten das weist daraufhin dass der Prophet eben nicht alles weiß und das ist ein wichtiger Grund eine zweite Weisheit zu wissen warum Allah diese Offenbarung warum es Offenbarungskunde gibt ist zu sehen dass Allah sich um seinen Propheten kümmert um seinen Propheten kümmert zum Beispiel haben die Kuffar gesagt Allah sagte über die Kuffar was sie gesagt haben Die Kuffar haben gesagt wäre doch der Koran auf einmal herab gesandt worden dann sagt Allah und die jenen die ungläubig sind sagen oh würde ihm doch der Koran als ganzes offenbart so geschieht es aber damit wir dein Herz mit ihm festigen und wir haben ihn wohlgeordnet vorgetragen so geschieht es aber damit wir dein Herz mit ihm festigen so wird der Professor gefestigt dadurch dass die Verse eben schrittweise herabgesagt worden sind zu den einzelnen Begebenheiten ein weiterer Grund ist dass wir sehen dass Allah barmherzig ist und sich um seine Diener kümmert um ihnen ihre Lasten wegzunehmen wie wie der Offenbarungsgrund für Tayammum und andere Verse wo Allah es den Gläubigen durch die Verse wieder leicht gemacht hat und der offensichtlichste Grund oder die offensichtliche Weisheit die dahinter steckt ist dass man die Bedeutungen der Verse besser kennt dass man die Bedeutungen der Verse kennt wie zum Beispiel in der zweiten Sura in Surat Al-Baqarah im Vers 157 heißt es gewiss As-Safa und Al-Marwah gehören zu den Orten der Kundhalt der Kulthandlungen Allahs wenn einer die Pilkaf zum Hause oder die Besuchsfahrt die Umrah also vollzieht so ist es keine Sünde für ihn wenn er zwischen ihnen beiden den Umgang macht das hört sich so an als wäre es eine freiwillige Sache zwischen As-Safa und Al-Marwah hin und her zu laufen in der Hajj oder in Umrah in Wirklichkeit ist es eine Pflicht und wenn man hierzu den Offenbarungs kennt dann wird einem klar was damit gemeint ist und zwar hat As-Sulaiman den Gefährten gefragt und dann sagt er als wir dachten es wäre eine Angelegenheit der vorislamischen Zeit Zeit der Unwissenheit als dann der Islam kam haben wir uns von diesen Sachen abgewendet also sind nicht mehr gelaufen und dann schreibt Allah eben fest im Koran gehören zu den Orten der Kulthandlungen Allahs also gehört zu den Orten die wir als Orte der gottesdienstlichen Handlungen benutzen dürfen nicht nur dürfen sondern sogar müssen der Vers sagt also lediglich aus dass es keine Sünde ist es zu tun und die Sonne macht uns klar dass das Laufen zwischen As-Saf-Maruah im Hadj und Imra sogar notwendig ist eine wichtige Sache ist gemeint ist folgendes wenn es ein Offenbarungs Offenbarungsgrund gibt wenn es zum Beispiel sich irgendetwas ereignet hat in der Zeit des Propheten ein bestimmtes Ereignis gab und über das Ereignis sind Verse herabgesandt worden die Verse sind allerdings allgemein geschrieben dann gilt dann ist der Offenbarungsgrund eine Erklärung für uns wie wir die Verse zu verstehen haben und die allgemeine Verse bedeuten dass sie nicht nur für diese Person gelten in dessen Zusammenhang sie herabgesandt worden sind sondern auch für die ganze Ummah sondern auch für die ganze Ummah ein Beispiel dafür ist der Hadith von Ibn Abbas in Sahih Al-Bukhari dass Hilal Ibn Umayyah seine Frau seine Frau bezichtigt hat der Sinna bezichtigt hat mit einem anderen Mann Und dann sagte der Prophet als Antwort Entweder du gibst uns einen klaren Beweis dafür für was du gerade behauptest bei deiner eigenen Ehefrau oder du wirst gepeitscht auf deinen Rücken dann sagt Hilal als Antwort Allah an wo الذي baath ke bil haq inni la sadiq f la yunzien la la f la yunzien la ma yub riu ma yub riu zahri min al had fa nazal jib ril wa an zale ale w al zine yarm na zwaj jim fa kar hatt belag in kan min s sadiq yin das heißt the professor hat mal gesagt entweder du bringst uns einen klaren beweis oder du wirst gepeitscht auf deinen rücken und dann sagte hilal das antwort ich schwöre bei demjenigen der dich mit der wahrheit entsandt hat ich spreche die wahrheit und Allah wird ganz sicher verse herab senden die mich davor bewahren werden dass ich von Allah von surat an nur vers nummer 6 für die jenigen die ihren gattinnen untreue vorwerfen aber keine zeugen haben außer sich selbst besteht die zeugenaussage eines solchen von ihnen darin dass er viermal bei Allah hat bezeugt er gehöre wahrlich zu denen die die Wahrheit sagen und das geht dann so weiter bis na also bis dahin hat er vorgelesen aber die Verse die in diesem Zusammenhang nur stehen sind der Aufentbarungsgrund ist eben diese Geschichte in Sahih al-Bukhari dieser Rechtsspruch gilt allerdings für alle Menschen bis zum Tag der Auferstehung dass wenn jemand so etwas seiner Frau vorwirft dann muss er einen Beweis bringen wenn nicht dann wird er mit 80 Peitschen heben gepeitscht und sein Zeugnis wird nie wieder angenommen werden Allah hat den Koran schrittweise herabgesandt er sagte Einen Koran haben wir offenbart oder einen Koran haben wir offenbart den wir in Abschnitte unterteilt haben damit du ihn den Menschen in Abständen vorträgst und wir haben ihn wahrlich nach und nach hinab gesandt die Mufassirun die Gelehrten des Tafsir teilen das was abgesandt worden ist in zwei Teile an Mekki und Madani und die richtige Ansicht bei Al-Mekki und Madani bedeutet Makki ist das was vor der Hijra des Propheten von Makka nach Medina herabgesandt worden ist und Madani ist all das was nach der Hijra herabgesandt worden ist es geht also nicht um den Ort Makka und Medina denn es gibt Verse die weder in Makka noch in Medina abgesandt worden sind sondern es geht um den zeitlichen Ablauf na zum Beispiel der Vers Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum ul islam dina das ist in Surat Al-Ma'idah die fünfte Sura Vers Nummer drei also ganz am Anfang heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden diese Verse sind in der Hajjat al-Wada' in Arafat herabgesandt worden der Professor hat ja wie wir wissen eine Hajj gemacht und die nennt man die Abschiedspilgerfahrt Hajjat al-Wada' und in diesem wie es Nussan Al-Bukhari heißt ist dieser Vers in Arafat herabgesandt worden Arafat ist eine Umgebung in der Nähe von Makkah in der Nähe von Makkah und obwohl es in der Nähe von Makkah offenbart worden ist dieser Vers nicht makki sondern madani weil die Hijra schon stattgefunden hat und die Hajjat al-Wada' die Abschiedspilgerfahrt nach der Hijra stattgefunden hat dann gibt dann gibt es einige Eigenschaften die die mechanischen von den medienländischen Versen unterscheidet man findet dass die mechanischen Verse sich einer sprachlichen Methode bedienen die streng ist denn diejenigen die angesprochen worden sind überhebliche Leute gewesen in Makkah die diese strenge Anrede verdient haben wie zum Beispiel in Surat Al-Mudassir und Surat Al-Qamar zu sehen der medienländische Teil des Koran dort ist es eher umgekehrt es wird eher mit Leuten es werden meistens Leute angesprochen die schon gläubig sind oder die den Glauben annehmen und auch eine Eigenschaft der mechanischen Verse sind dass sie kürz sind na zum Beispiel Surat Al-Tur ist ein gutes Beispiel und in den medienländischen Teil finden wir dann eher längere Verse und die ganzen Regeln die ganzen Gesetze wie zum Beispiel in Surat Al-Baqarah eindeutig zu sehen ist und was die Thematik angeht so behandelt der mechanische Teil des Koran mehr die gesunde Aqida und alles was damit zusammenhängt mit dem Tauhid Al-Uruhiyah mit dem Glauben an die Auferstehung denn die meisten von denjenigen die angesprochen sind leugnen Tauhid Al-Uruhiyah und leugnen den die Auferstehung und der medienländische Teil beschäftigt sich mehr mit der detaillierten Erklärung der zwischenmenschlichen Handlung Al-Mu'amalat und auch den Gottesdiensten Al-Ibadat denn diejenigen die angesprochen sind sind schon Menschen mit einer gesunden Aqida radiyallahu anhum radahum dann die die ganze jihad die große jihad im sinne von dem bekämpfen jihad 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 verdient 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 haben spricht er mit barmherzigen worten an dann wird klar die weisheit die in der gesetzgebung allah vorhanden ist das die die wichtig ist es gibt eine anordnung der wichtig ist erst einmal ist die Aqida für den muslim das a und o das allerwichtigste und danach kommen dann die anderen regeln man wird erst einmal vorbereitet mit dem wichtigen der schlüssel des paradies ist la ilaha illallah und nachdem man diesen schritt gemacht hat la ilaha illallah muhammed rasulallah gesagt hat dann tritt man den islam ein und dann beginnt man erst mit der umsetzung dieser worte dadurch weiß man auch welche verse abrogiert sind und welche verse die abrogierenden verse sind denn man weiß welcher vers zuerst herabgesandt worden ist und welcher vers erst später herabgesandt worden ist welche weisheiten stecken dahinter dass der koran in abschnitten offenbart worden ist da gibt es auch mehrere weisheiten zum einen dass das herz des prophets gefestigt wird wie wir schon vorhin gesehen haben im vers 32 und des weiteren damit es den menschen leicht fällt den koran auswendig zu lernen zu verstehen und danach zu handeln denn sie lernen ihn schrittweise auswendig und setzen schrittweise in die Tat um nahm ein weiterer vorteil weisheit ist dass die herzen der gläubigen sie lieben es wenn allah was herab sendet so wird ihr wunsch gestärkt und so werden sie zufriedengestellt nach und nach und sie freuen sich die gläubigen dass immer wieder versen von ihrem herrn herabgesandt werden dann die schrittweise verschärfung des gesetzes zum beispiel wir sehen im falle von den berauschenden getränken dass es nicht auf einmal verboten worden sondern schrittweise erst mal wurden sie gefragt im vers 219 wurde gefragt über Wein und Glücksspiel und dann sagt er darin ist große Sünde aber es gibt auch Nutzen für die Menschen aber die Sünde darin ist mehr als der Nutzen von diesen beiden Dingen das ist der erste fall und danach nach und nach hat dann den Vers in Surat Nisa herabgesandt in Vers 43 in der vierten Surat Nisa Vers 43 und danach der absolute Verbot in Surat Al-Ma'idah in den Versen 90 bis 92 Na Wie sieht es aus mit der Reihenfolge im Koran Erstmal in Bezug auf die Worte Sind die Worte innerhalb eines Verses in der richtigen Reihenfolge das ist unter Übereinkunft der Ulema der Übereinkunft der Fall dass jedes Wort im Vers an der richtigen Stelle ist Wie sieht es aus mit der Reihenfolge der Verse einer Surah genau das gleiche unter Übereinkunft der Ulema ist die Reihenfolge der Verse innerhalb einer Surah in der richtigen Reihenfolge wie wir sie heute haben das heißt zum Beispiel in Fatiha kommt Maliki Yawmid Dinn vor Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in und wenn jemand lesen würde Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahman Arrahim Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Maliki Yawmid Dinn das wäre Haram das wäre verboten denn er hat die Reihenfolge falschrum gesagt und Imam Ahmad und Abu Dawud Nasa'i und Tirmid die haben Hadith von Uthman Ardolano überliefert dass er sagte dass der Professor gesagt jedes Mal wenn eine Surah mit einer Anzahl von Versen herabgesandt worden ist jedes Mal wenn Versen herabgesandt worden sind dann rief der Professor zu sich einige Leute die schreiben konnten und er sagte zu ihnen setzt die Verse so und so in die Surah so und so an der das und das und das steht also das heißt wenn eine Surah abgesandt worden ist mit vielen Versen immer wenn ein Teil davon abgesandt worden ist von diesen ganzen vielen Versen die dann insgesamt am Ende herabgesandt worden sind dann rief er einige die schreiben konnten und sagt er setzt die Verse setzt diese Verse in die Surah so und so wo das und das erwähnt wird das heißt die Reihenfolge der Verse ist Benas also durch Nas durch Quran oder Sunnah heißt Nas ist eine klare Beleg aus dem Sunnah und das haben wir in diesem Hadith deswegen ist die Reihenfolge und es gibt auch keine Meinungsverschiedenheit darüber dass die Reihenfolge korrekt ist was allerdings die Reihenfolge der Suar angeht im Quran in Mus'haf das sagt der Sheikh Uthamin dass die Reihenfolge Ijdihad ist von den Sahaba sie haben die Reihenfolge festgelegt und und Beweis dafür ist dass der Gesandte in einer Nacht betete dann hat der Professor Al-Baqarah gebetet gelesen und danach Al-Imran und wie wir wissen ist eigentlich erst Al-Baqarah und danach Al-Imran und dann Al-Nisa also die Reihenfolge von Al-Imran und Al-Nisa umgedreht und auf jeden Fall sagt auch Sheikh al-Islam Yatham man darf eine Surah vor der anderen lesen wie gesagt das ist eine Sache darüber geht es manche Ulema haben gesagt dass die Reihenfolge alles Ijdihad ist und manche haben gesagt dass die Reihenfolge alles vom Prophet vorgegeben ist und andere haben gesagt es teilweise der Fall teilweise so teilweise so und Sheikh al-Islam Yatham sagte dass man aber nichts die Reihenfolge jetzt ist dass es Pflicht ist dass man sich an diese Sunnah hält Sunnah von wem Sunnah von den Al-Khalafah Al-Rashidun das heißt den rechtgeleiteten Kalifen und rechtgeleiteten Kalifen die haben die Mus'hafs zur Zeit von Uthman so geschrieben und so haben sich die Sahabe darauf geeinigt deswegen muss man sich und der Professor hat nämlich angeordnet dass man sich an die Sunnah der rechtgeleiteten Kalifen hält und insofern gibt es darüber keine Meinungsverschiechenheit dass man den Mus'haf so lassen muss wie er ist und der Geleiter sagt dass Tafsir bedeutet die Erklärung der Bedeutungen des Koran die Darlegung der Bedeutung des Koran und er sagt dass man Tafsir lernt das heißt die Bedeutung der Verse lernt ist Pflicht aufgrund der Aussage des Buches Allah in Surah 38 wo er sagt im 29 Vers dies ist ein gesegnetes Buch das wir zu dir hinab gesandt haben damit sie über seine Zeichen nach sinnen und damit diejenigen bedenken die Verstand besitzen das heißt Allah eine Weisheit dass er diesen Koran herab gesandt dass wir über diesen Koran nachdenken und uns dadurch warnen lassen und wie können wir uns natürlich warnen lassen und darüber nachdecken wenn wir nicht die Verse verstehen und die Art und Weise wie die uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen mit dem Koran umgegangen sind ist dass sie sobald sie Verse gelernt haben vom Koran haben sie auch die Bedeutungen der Verse gelernt und haben sie dann in die Tat umgesetzt und erst wenn sie sie umgesetzt haben dann haben sie die nächsten Phase auswendig gelernt die Pflicht des Muslim wenn er den Koran erklärt und darlegt ist dass er sich bewusst macht dass er im Grunde genommen die Worte Allah den Menschen mitteilt und dass er im Grunde genommen sagt Allah meint mit dem Vers das und das und das er soll sich bewusst machen wie gefährlich es ist über Allah etwas zu sagen was nicht der Wahrheit entspricht so dass Allah ihnen nicht am Tag der Auferstehung in Schande stürzt Allah sagte in Surah im Vers 33 gesagt mein Herr hat nur die Abscheulichkeiten verboten was von ihnen offen und was verborgen ist und auch die Sünde und die Gewalttätigkeit ohne Recht und dass ihr Allah etwas beigesellt wofür er keine Ermächtigung hinab gesandt hat und dass ihr über Allah etwas sagt was ihr wie wird der Koran ausgelegt was sind die Quellen der Auslegung des Koran Nummer eins der Koran erklärt sich selbst Allah sagt zum Beispiel in Surat Jonas in der 10. Sura im Vers 62 sicherlich über Allahs Gefolgsleute soll keine Furcht kommen noch sollen sie traurig sein sagt im Vers danach diejenigen die glauben und gottes fürchtig sind diese Auliyah sind diejenigen die glauben und gottes fürchtig sind also nicht irgendwelche bestimmten Menschen sondern jeder Mensch der diese Eigenschaften verinnerlicht hat er glaubt an all das was Allah ihm gesagt hat und ist gottes fürchtig und von von diesen Sachen also von diesen Art von Tafsir gibt es viele im Koran und die höchste Stufe des Tafsir die zweite Art von Tafsir ist die 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 Worte des Gesandten dem Koran erklären denn der Prophet ist der der uns den Koran übermittelt hat und am besten über die Bedeutung von Allah und weil Allah ihm auch die Bedeutung gelehrt hat zum Beispiel ein Beispiel dafür ist im Surat Jonas im 26. Vers finden wir dass Allah gesagt hat für diejenigen die Gutes tun gibt es das Beste an Lohn und noch mehr und wir haben gelernt im Hadith von Abu Musa und Uba Kaab dass der Prophet erklärt hat und noch mehr bedeutet dass wir zu Allahs Gesicht schauen werden die nächste Quelle des Tafsir sind die Aussagen der Sahabe und besonders diejenigen die von ihnen gelehrt waren und sich gekümmert haben viel um die Auslegung des Koran denn der Koran wurde in ihrer Sprache herabgesandt und zu ihrer Zeit abgesandt sodass sie sich am besten mit dem Koran auskannten nach den Propheten und sie waren auch die die am stärksten sich Mühe gegeben haben nach den Propheten das Wissen um die Wahrheit zu erlangen und die am ferntesten davon waren den eigenen Neigungen zu folgen ein Beispiel hierfür haben wir in Vers 43 oder ihr glaubt nährt euch nicht im Gebet während ihr trunken seid bis ihr wisst was ihr sagt noch im Zustand der Unreinheit es sei denn ihr geht bloß vorbei bis ihr den ganzen Körper gewaschen habt und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise seid oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt oder ihr Frauen berührt habt das ist authentisch überliefert bis zu Ibn Abbas dass er gesagt hat oder dass er das Berühren erklärt hat mit dem geschlechtlichen Verkehr und die nächste Quelle hiernach sind das sind die Generation nach den Sahaba denn sie haben den Tafsir direkt von den Sahaba gelernt und sie waren die beste Generation nach den Sahaba wenn also die Tabi'in sich über irgendein Tafsir einig sind dann besteht kein Zweifel darüber dass das ein starkes Argument ist das ist die Aussage Tafsir und wenn die Aussage sich unterscheidet das heißt wenn sie uneinig sind oder irgendwelche Leute danach dann ist die Aussage von irgendjemand von diesen Leuten kein starkes Argument denn jeder Mensch kann nämlich sich irren und kann auch mal das Ziel treffen und dann die nächste Quelle ist die arabische Sprache das heißt dass Verse oder Worte in einem bestimmten Verszusammenhang oder einem anderen Wortzusammenhang bestimmte Wortbedeutungen haben manche Wörter haben mehrere Bedeutungen aber der Verszusammenhang gibt einem klare Auskunft darüber was die Bedeutung des Wortes ist wenn allerdings das was sprachlich gesehen ein Wort bedeutet mit dem im Widerspruch steht was gesetzlich das Wort bedeutet dann besteht kein Zweifel darüber dass man das gesetzliche definition der sprachlichen voransetzt es sei denn es gibt dazu einen klaren beleg dass man den sprachlichen beleg dem gesetzlichen voranzieht in diesem Fall ein Beispiel dafür haben wir in Surah Taube Sum. 9 84 und bete niemals über jemanden von ihnen der gestorben ist und stehe nicht an seinem Grab also was in diesem Vers seinem Propheten verboten hat zu tun ist As-Salah für bestimmte Menschen und zwar für die Heuchler und Salah sprachlich gesehen bedeutet Dua beten für aber bei diesem Vers das Wort Salah ist das was wir kennen das Totengebet ist hier gemeint das ist also hier wird das Salat Janasa als Erklärung benutzt und die gesetzliche Bedeutung geht der sprachlichen vor die Tatsache dass man einem Heuchler oder einem Ungläubigen nicht für ihn nicht beten darf wenn er gestorben ist das bedarf eines anderen Beleges das ist also er geht aus einem anderen Beleg wie verhält es sich wenn der Tafsir sich widerspricht das heißt wenn man Überlieferungen hat die sich offensichtlich widersprechen das ist von mehreren Arten es gibt dann von drei verschiedenen Kategorien wenn der Tafsir sich nur in der Wortwahl unterscheidet und nicht in der Bedeutung dann gibt es dafür gar kein Problem dann macht das überhaupt keinen Unterschied das zum Beispiel hat Allah gesagt in Isra Vers 23 Ibn Abbas hat gesagt Kada heißt befohlen das heißt Allah hat dann her hat befohlen dass niemand angebetet wird außer ihm und und Mujahid hat gesagt angeordnet oder empfohlen und das hat ist kein Widerspruch beides ist in Ordnung und korrekt und und Rabia sagt das heißt hat zur Pflicht gemacht und all das hat die gleiche Bedeutung im Endeffekt dann gibt es die zweite Art von Tafsir dass die Wortwahl anders ist und auch die Bedeutung anders ist und gleichzeitig nimmt dieser Vers mehr als eine Bedeutung auf das heißt ein Vers kann auf mehr als eine Bedeutung ausgelegt werden und beides ist akzeptabel in Bezug auf diesen Vers zum Beispiel in Surah 7 Vers 175 176 und verließ ihn die Kunde von dem dem wir unsere Zeichen gaben und der sich dann ihrer entledigte dann verfolgte ihn der Satan und so wurde er einer der verirrten und wenn wir gewollt hätten hätten wir ihn durch sie für wahr erhöht wer ist damit gemeint Ibn Masoud sagt es war ein Mann von den Kindern Israels und Ibn Abbas sagt es war jemand aus dem Jämen und es wurde auch gesagt es ist jemand von Al-Balqa einer Ortschaft Al-Balqa und alle diese Sachen müssen sich nicht widersprechen es es kann sein dass Allah alle drei damit gemeint hat oder dass jeder Sahabi gesagt hat auf wen das zum Beispiel zutrifft dann kann es sein dass die Tafsir sich unterscheiden sowohl in der Wortauswahl als auch in der Bedeutung und der Vers kann aber nur eines von diesen beiden Tafsir aufnehmen und der Vers kann nur eines von diesen bedeuten zum Beispiel im Vers 237 in Surat Al-Baqarah aber wenn ihr euch von ihnen scheidet bevor ihr sie berührt und euch ihnen gegenüber schon zu einer Morgengabe verpflichtet habt dann händigt die Hälfte dessen aus wozu ihr euch verpflichtet habt es sei denn dass sie es erlassen oder der in dessen Hand der Ehebund ist wer ist die Person in dessen Hand der Ehebund ist Ibn Abbas hat gesagt der Wali und Ali Ibn Abi Talib hat gesagt der Ehemann und die richtige Aussage ist dass es der Ehemann ist denn der Vers weist darauf hin und zweitens gibt es darüber ein Hadith bis zum Propheten Sallallahu Aleyhi Wasallam dann das nächste Unterkapitel ist die Übersetzung des Koran die Ulamä haben auch gesprochen über die Übersetzung des Koran man kann den Koran also Übersetzung bedeutet eigentlich die Darlegung der Bedeutungen der Verse des Koran in einer anderen Sprache und man kann dies auf zwei Weisen tun entweder eine wortwörtliche Übersetzung indem man die Worte einzeln erklärt zum Beispiel inna inna ja'allnahu Koran Arabiya indem man sagt inna heißt zum Beispiel wir als Betonung wir haben oder so und ja'allnahu haben es gemacht zu Koran Arabiya zu einem Koran Arabien Arabischen und so weiter das könnte man so Wort für Wort übersetzen aber die zweite Art ist die Bedeutung des Verses übersetzt die Bedeutung ist wir haben ihn als einen Arabischen Koran herabgesandt das wäre dann die Bedeutung des Verses na ist es möglich den Koran Wort für Wort zu übersetzen so ist bei den meisten oder bei vielen Gelehrten ist das nicht möglich dass man einzelne Worte Wort für Wort übersetzt dass man zum Beispiel ein Wort im Koran genau die entsprechende Bedeutung im Deutschen findet denn vielleicht in diesem Vers Zusammenhang findet man eine aber das Wort im Arabischen hat nur andere Bedeutungen und hat in diesem Kontext zum Beispiel nur diese eine Bedeutung und hat es in der Sprache in der man den Koran übersetzt hat die Worte die man ausgewählt hat alle die verschiedenen Bedeutungen die es im Arabischen hat und das sind alles Fragen die man natürlich im Einzelnen beantworten müsste aber das ist was die Arama veranlasst hat zu sagen dass es in Wirklichkeit nicht möglich ist aber ungefähr natürlich möglich ist und eventuell kann man einzelne Worte übersetzen aber aber die Worte in diesem Wort Zusammenhang sind sehr schwierig zu übersetzen was allerdings die Übersetzung der Vers Bedeutung angeht so ist das natürlich gar kein Problem nur sollte man sich bewusst sein dass die literarische Stufe auf der sich der Koran befindet die wird man nicht erreichen wenn man einfach übersetzt und man sollte es auf einem sehr hohen Niveau übersetzen sodass klar wird jemandem der eine Übersetzung liest dass der Koran nicht irgendein Buch ist und als Übersetzer müsste man auch klar machen dass man diese hohe Stellung nicht erreichen kann mit seiner eigenen Übersetzung indem man eben erklärt zum Beispiel was für Bedeutungen ein Araber noch fühlt wenn er einen bestimmten Vers hört dem im deutschen Leben einem nicht offenbart werden dann gibt es vielleicht noch interessanter weise die Namen der Sahaba die bekannt geworden sind durch den Tafsir als Suyoti hat zum Beispiel die vier Kulafa erwähnt obwohl die Überlieferung über diese vier gar nicht so viel ist denn sie hatten eine andere Aufgabe nämlich sie waren die jeweiligen Khalifa zu ihrer Zeit Ali ibn Abi Talib ist der Cousin des Gesandten und der Ehemann seiner Tochter Fatima und er ist der Erste der von den Verwandten des Propheten geglaubt hat an den Propheten und er ist durch diesen Namen bekannt geworden Ali ibn Abi Talib und sein Spitzname oder sein Beiname ist Abu Hassan oder Abu Turab und er ist natürlich vor der Gesandtschaft des Propheten sah 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 geboren worden und zwar zehn Jahre vorher und ist auch beim Propheten sah 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 aufgewachsen und hat praktisch die ganzen Ereignisse die sich im Islam ereigent hat miterlebt und er war auch in vielen Schlachten der Fahnenträger wollen nicht das zu weit ausweiten ein zweiter sahabi ist abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu arda manchmal wurde er genannt ibn um miabd der Sohn von der mutter von abd das war auch ein einer seiner beinamen und er gehörte zu den jenigen die die Hijra vollzogen haben er hat auch bei badr mitgekämpft und bei den Schlachten die danach stattgefunden haben er hat vom Propheten mehr als 70 Suar auswendig gelernt und der Prophet sagte über ihn Das heißt wer den Koran so lesen möchte genauso wie er abgesandt worden ist der soll ihn so lesen wie Abdullah Mas'ud ihn gelesen hat der Hadith ist bei Imam Ahmad und Zaheel Bukhari sagte der steht drin das also Ibn Mas'ud hat gesagt die Freunde des Gesandten wissen dass ich der bin der sich am besten im Buch Allahs auskennt und und er sagte erreichen erreichen können das heißt wie man damalige Zeit noch erreichen konnte mit den Transport Mittel dann würde er dorthin reiten und er war ein Diener des Propheten im alltäglichen Leben dann gibt es noch Abdullah ibn Abbas er ist auch der Cousin des Propheten und ist drei Jahre vor der Hijra geboren und war natürlich sehr oft mit dem Prophet zusammen und seine Tante mütterlicherseits ist Maymuna und der Prophet nahm ihn zu seiner Brust und sagte oh Allah lehre ihm die Weisheit in einer anderen Version lehre ihm das Buch also den Koran und er sagt auch als er Wudu nahm sagt Prophet O Allah faqih hufid din lass ihn sich in seiner Religion gut auskennen und durch diese durch diesen Dua nennt man oder ist gilt das ibn Abbas als der jenige der sich im Koran zu den Besten gehört die sich auskennen über die Auslegung des Koran und Umar pflegte ihn zu seinen Sitzungen zu holen und seine Aussage anzunehmen wenn er etwas zu sagen hatte und zu den Bekannten von Al-Tabi'in der Generation nach dem Prophet sind die bekannten Namen die wir alle schon gehört haben sicherlich irgendwo und zwar von Mekka diejenigen die den Tafsir von Abbas genommen haben wie Mujahid Ikrima Ata Ibn Abi Rabah und in Medina diejenigen die schüler waren von Ubey ibn Ka'b wie zum Beispiel Zayd ibn Aslam Abi Al-Aliya und naam Mohammed ibn Ka'b Al-Quradi und in Kufa die Nachfolger von Ibn Mas'ud wie Qatada Al-Qamah und Al-Sha'bi oder Al-Sha'bi Dann soll noch ein Satz gewähnt über die Isra'iliyat Isra'iliyat sind die Erzählungen die die Kinder Israels oder auch von Ahl Al-Kitab stammen irgendwelche Geschichten über die Propheten die von den Christen Juden stammen über diese Sachen sagt er in einem Hadith bei Al-Bukhari sagt er Das heißt verkündet über mich verkündet meine Botschaft oder verkündet einen Teil von mir meiner Botschaft selbst wenn es nur ein Vers ist den ihr weitergebt und erzählt über die Geschichten von Isra'il oder gibt sie weiter und darauf lastet dann keine Sünde und wer über mich absichtlich lügt der soll sich schon mal auf seinen Ort in der Hölle vorbereiten und die Aussage die uns interessiert jetzt ist das heißt erzählt das was die Isra'il erzählt haben gibt es weiter darüber lastet keine Sünde die Gelehrten haben uns gelehrt dass wenn die Aussagen von den Kinder Israels übereinstimmen mit dem Koran dann glauben wir sowieso daran wenn sie dem widersprechen glauben wir nicht daran verwerfen sie und wenn sie weder dem Koran widersprechen noch vom Koran unterstützt werden dann leugnen wir sie nicht und wir glauben auch nicht an sie wir glauben sie nicht und wir sagen auch nicht dass der Vers das bedeutet aufgrund der Isra'ili ok ich denke das reicht als Einführung für das was wir machen werden dann möchte ich noch zwei Sachen erwähnen zum ersten zum einen ich verwende die Übersetzung von Al-Madina Menawwra von Frank Gubenheim und Nadim Elias weil mir diese Übersetzung vom deutschsprachlichen her am angenehmsten erschien ich behaupte nicht unterscheiden zu können zwischen guten und schlechten Übersetzungen zumindest nicht in jedem Detail aber manche Übersetzungen sind schwieriger zu verstehen und andere sind leichter zu verstehen was mir auch gefallen hat an dieser Übersetzung was es nicht bei jeder Übersetzung gibt ist die Anmerkungen unten nämlich dass manche Verse auch anders hätten übersetzt werden können das gehört zur vollständigen Amanah der Übersetzer dann was mir auch gefallen hat dass sie teilweise die Qiraat die verschiedenen quranischen Lesarten unten erwähnt haben allerdings nicht alle und das ist auch eine weitere sache ich werde insha'Allah im tafsir die verschiedenen Qiraat erwähnen wenn sie die Bedeutung wenn es unterschiedliche Bedeutungen hat dazu sei ein kleines nur ganz winzig kleine Einführung dazu Allah hat den Koran herabgesandt in der Sprache der damaligen Araber und in verschiedenen arabischen Dialekten und aber wie man offensichtlich merken kann haben Dialekte also was die Aussprache angeht von Worten und Buchstaben keinen Einfluss auf die Bedeutung überhaupt keinen Einfluss auf die Bedeutung Was allerdings Einfluss auf die Bedeutung hat sind verschiedene Worte unterschiedliche Worte unterschiedliche Buchstaben und ein Beispiel was ich ansprechen werde ist in Surah Allah sagt zum Beispiel Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin in vier von den zehn Qiraat sind zehn Qiraat in Motawat Reform überliefert worden und nur diese zehn spreche ich auch an alle anderen werde ich nicht ansprechen das heißt was ich sage an Qiraat ist Quran was ich sage an Qiraat gehört zu dem was Allah herabgesandt hat und was man als Muslim glauben muss zweifellos es ist ein Teil des Quran wenn man eines von den Sachen leugnet von der Qiraat die ich erwähne ist es gleich wie man irgendeinen anderen Vers leugnen würde aus dem Quran oder auch nur einen Buchstaben also die vier von den zehn also Asim Al-Qisa'i Khalaf Al-Bazzar und Jaqub Al-Hadrami sie haben alle gelesen Malik Yawmiddin und alle anderen sechs übrigen haben gelesen Malik Yawmiddin der Unterschied ist dass Malik bedeutet wird immer übersetzt als der Meister oder der Herrscher am Tag des Gerichts kommt von Wort Malaka Besitzen von Besitzen Jemlik und Allah ist derjenige der die Angelegenheit am Tag besitzen wird alles was so ist wird er besitzen er besitzt die Befehlsgewalt die absolute Befehlsgewalt an diesem Tag so dass niemand etwas tun wird außer mit seiner Erlaubnis und die andere Bedeutung der andere Lesart sagt Malik Yawmiddin wenn ihr zum Beispiel in Marokko geht dann werdet ihr finden dass die meisten Leute lesen Malik Yawmiddin oder auch in Sudan oder in Libyen findet man das weil die lesen andere Lesarten Malik Yawmiddin heißt der König am Tag der Auferstehung oder der König am Tag ist gerecht so Tag der Religion und ein König ist jemand der regiert ein Malik ist jemand der besitzt und man kann Besitzer sein und kein König und man kann König sein kein Besitzer und Allah will uns in diesem Vers sagen der König und Besitzer ist wie ihr seht widersprechen sich die Qiraat nicht das ist das wichtigste die Qiraat das Quran widersprechen sich nicht sondern Allah wollte innerhalb eines Verses uns mehrere Bedeutungen mitteilen als wären es praktisch mehrere Verse als wären es praktisch mehrere Verse subhanahu wa ta'ala das ist eine Eigenschaft die wie es überliefert ist nur auf den Koran zutrifft und nicht auf Taural Injil und das Zabur und deswegen würden sich andere Religionsgemeinschaften über solche Sachen wundern weil sie so etwas nicht kennen Qiraat Lesarten kennt man nur in Bezug auf den Koran nur in Bezug auf den Koran und der Prophet hat nämlich gesagt dass der Koran auf sieben Ahruf herabgesandt worden ist also das Wort Ahruf das bedarf einer langen Sitzen um das zu erklären wobei man im Endeffekt manchmal dann rauskommt mit nicht mehr viel Wissen als man reingekommen ist wieder macht das ein Thema was die Koranwissenschaft ansprechen wird nicht wir uns reicht dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Prophet den Koran in verschiedenen Lesarten herabgesandt hat und diese Tatsache ist uns erstens durch den Koran in Mutawaterform überliefert als auch in den Hadithen in wie manche Muhaddithen gesagt haben Mutawaterform sogar überliefert ist also mindestens Mashhur also das ist die zweithöchste Stufe von Sahih es gibt der Mutawater das ist die höchste dann gibt es Mashhur dann gibt es Sahih und na das ist eine wichtige Sache die wir erwähnen sollten ich werde also nur diejenigen Qiraat erwähnen die Einfluss hatten auf die Veränderung der Bedeutung und dann auch nur von den 10 Qiraat denn was die 10 angeht das ist das Koran alles was die 10 nicht angeht das glauben wir nicht dass das Koran ist oder gut es gibt noch andere Möglichkeiten aber wir werden Inshallah das nicht behandeln sondern in der Koranwissenschaft kann man das ausführlich behandeln tut mir leid wenn ich die Einführung ein bisschen lang gemacht habe aber es ist wichtig damit wir wissen worüber wir reden werden und Salallahu wa barak'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam at eslima kathira.